hallo und willkommen zurück zu let's play minecraft die xbox 360 version edition keine ahnung ich hab mir mal abgewöhnt einfach nur minecraft xbox 360 version sozusagen obwohl das play wie gesagt immer noch eigentlich nicht so lang ist also ich mein es der titel also wenn ich sag hallo wir kommen zurück zu let's play minecraft ich kann auch sagen hallo wir kommen zurück zu minecraft ihr wisst was das let's play ist bräuchte zu erwähnen steht auch im titel verstanden warum fange ich so komisch an keine ahnung sowieso so dunkel macht mir angst ich heute schlafen gehen ok beim letzten mal war hat ja wieder angefangen wie immer zu lenken wo ich konnte um die trennwand am durchziehen war ja ich hoffe dass diesmal nicht passiert und wieder verwirrt nach da heute habe ich mir wieder ein paar themen rausgesucht da ich glaube ich an dem haus da halt bauen wert und hat wie gesagt mit kratzen super interessant sein wird und ja ich werde jetzt dann wie gesagt da die trennwand erst mal weiter bauen und dann noch gucken vielleicht das dach drauf klatschen dann noch die andere etage also die komische seiten etage wird vermutlich ein bisschen gehirn brauchen aber auch ich bin level 30 genau ich war noch level 30 wurde verzaubern habe vergessen das mache ich jetzt aber erst mal direkt wo war noch mal das verzauberungs ding das kommt davon wenn man so viele häuser hat das ist eigentlich so unnötig man könnte einfach alles auf einmal in einem raum haben aber nein muss man alle möglichen sachen in einem anderen raum haben am besten habe ich dann noch die jede kiste in einem extra haus und die crafting dings noch mal einem extra crafting haus und dann die öfen in einem extra ofen haus und dann muss man noch so weit laufen ja gut ich verzauber nie so oft aber trotzdem ist ein bisschen nervig auf welcher kopf erst mit einer melone die tür in eisentür einschlagen müsst ihr auch mal probieren klappt bestimmt denn ich wollte ja mal die schaufel verzaubern ich wahrscheinlich dabei doch ich hole noch dabei einfach so aus spaß und drei zwei vier fünf stopp drei zwei vier fünf stopp drei zwei fünf stopp drei zwei fünf mal stopp geht doch glück unhaltbarkeit ernsthaft ich rufen auf schaufel glück warum keine effizienz ich hasse es das war wieder so klar und dann statt ich kann die bücher einer ganz verzaubernde oder wir so klar naja gut besser als der will zu verlieren ich bin meinem tollen glück der einzige wo ich wirklich glück hatte war die spitzer g die ich habe hallo scharf wie sie draußen nein wirst du den geschafft ich muss es wieder rein locken das ist doch damit das ist doch wie ist das noch mal ich habe vergessen wird schaffig scheiß ich sollte da benennen egal vielleicht wisst ihr euch ja noch wie das hieß oder ich gucke einfach ein paar davor ich tue mal kurz die schaufel weg und dann logge ich das schaffen da rein weil das muss erhalten bleiben das darf nicht weg weizen war da unten sondern nachricht mal auf hier rum zu spaßten ich war einfach mal vier stück mit oder so oder insgesamt mal sechs ja dann logge ich noch mal das schaf da rein und dann machen die noch mal ein paar babys und dann bau ich endlich weiter wie sieht eigentlich mit den ganzen steinen aus die ich hab ja hier kommt mal gucken hey wo kommt das denn jetzt dahin warum ist er doch braun er hat sich jetzt multipliziert wird nein 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 gott kommt nein du nicht bist du da drin wer bist du überhaupt warum ist da noch ein braunen schaf da wozu warte mal du kommst eh da weg du gehörst dazu warum bist du da drin wer bist du überhaupt warum ist da noch ein braunen schaf da wo kommt da rein äh ok das ist ein bisschen übertrieben kann ich mir bitte aufhören so ok 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 gut falls hier gerade so ein extrem lautes geräusch wird das liegt daran dass hier wie immer 10.000 flugzeuge vorbeifliegen das tut mir leid ey das ist so schlimm ne machst das fenster einmal auf weil es warm ist und dann flugzeuge 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 so jetzt mich wieder verwirrt ich muss noch da so und ich könnte jetzt eigentlich mal mit dem ersten thema anfangen soll ich ja ok ich fange am besten direkt mit dem thema an sonst denke ich dann wieder nicht dran ich habe in der vor der aufnahme session über märchen geredet warum auch immer und ja habe ich einfach mal drüber geredet und so erklärt dass das irgendwie nicht wirklich was schönes für kinder ist zumindest meiner meinung nach und ja das werde ich jetzt denke ich noch mal machen denn ich fand das eigentlich recht interessant mir selbst zuzuhören natürlich äh ja ich fange am besten mal an und zwar ähm also ich hatte als kind schon immer kann auch sein also das liegt vermutlich nur an mir aber ich hatte als kind immer total angst vor märchen einfach weil ich fand die gruselig und ja ich hatte auch so ein buch von ich glaube da war vorne das komische strowelpeter ich weiß es nicht genau auf jeden fall fand ich das teil also die zeichnung die war recht gruselig die hat ein bisschen verstörend ausgesehen und also das ist ja dieses viel was so lange haare hat und also so was so lange haare hat und so ganz lange finger und zehennägel weil sich halt nie sauber macht und keine hygiene betreibt ihr wisst doch nicht meine ne und deswegen sah das halt gruselig aus erstmal hatte ich voll angst vor dem cover ich hatte total schiss vor dem buch an sich ich muss mal kurz überlegen wie mache ich das hier am besten jetzt noch mal habe ich wieder vergessen ich wollte irgendwie hier die linie ziehen so nach da sieht irgendwie ein bisschen komisch aus kann sein ich probiere einfach mal so dann wäre hier so ein raum aber hier ist halt leicht komisch also wohl geht eigentlich nicht ganz so hässlich okay dann mache ich halt so ja und ich hatte vorher angst und da waren halt auch viele andere märchen drin und allgemein so märchen finde ich das ist nichts für kinder denn mir fallen jetzt ein paar beispiel ein von denen die ich kenne ich kenne wirklich nicht viele weil ich halt ja nie wirklich ich mochte das halt noch nie und deswegen hatte ich irgendwie angst davor und genau weil ich das nicht mochte hatte ich angst davor ich hatte angst davor und mochte die halt nie deswegen kann ich mir auch keine merken und habe irgendwie nie welche erzählt gekriegt was ich sehr gut fand es gibt natürlich so sachen wie schneewittchen und hier dings ja so fängt schon an mir fällt schon ganz mehr ein da mit den sieben zwergen da oder was noch dornröschen oder so ein zeugs ne und ja die sind ja eigentlich ganz schön und auch wenn ich früher als kind schon ultra angst davor gehabt hätte wenn mir jetzt jemand erzählt hätte da war so ein dornröschen dass ich dann den finger so an so einer fetten nadel aufgesplattert und dann kam der blut und hätte auch schon vor angst direkt angefangen zu heulen auch wenn man die nicht so erzählt die geschichte habe ich mir ziemlich sicher und ja also ich hätte vor allem und irgendwie märchen zu tun habt gehabt hat oder zu tun hat angst gehabt also kann auch sein hat daran kann aber auch daran liegen dass ich irgendwie allgemein ein bisschen schießt habe ja könnte auch damit zusammenhängen aber jetzt mal zu ein paar so mehr ich weiß gar nicht ob das märchen sind das sind eher so geschichten aber trotzdem die hat meine oma mir auch manchmal erzählt und die haben auch an dem buch da drin gestanden ich habe einfach nur angst davor gehabt und zwar fangen mir so sachen ein wie zum beispiel das mit dem suppenkast war da kennen ja vielleicht manche ich weiß nicht ob ihr überhaupt märchen kennt weil ihr vom durch jünger seid als ich aber ich kann überlegen ja okay doch das mache ich noch breiter ja ihr wird manche von euch werden vielleicht kennen bei dem suppenkast war ging jetzt soweit ich weiß darum da ein typ die ganze zeit ich habe wo ich statt in dem letzt also in der aufnahme habe ich glaube ich irgendwie erzählt das darum ging dass der typ nur suppe gegessen hat aber dann ist mir eingefallen hat in dem bei dem suppenkast war immer so ein spruch kam wie nein ich esse meine suppe nicht oder so und deswegen bin ich davon ausgegangen dass er dann doch so war dass er nie seine suppe essen wollte und dann wahrscheinlich dann allgemein überhaupt nichts essen wollte und ja in der geschichte geht dann darum dass er dann halt die ganze zeit die suppe nicht ist denke ich zumindest kann auch sein hat der nur die suppe ist ich weiß nicht können die mich ja mal aufklären und irgendwann einfach dann mal so derbe verhungert und dann ist der nur noch dünner und wird immer dünner man sieht so ein bild ist der dünner dann sieht ist der noch dünner dann ist der noch dünner und dann ist ein grabstein also ich weiß ja nicht aber ich finde das ist ein bisschen nicht gut geeignet für kinder zumal wenn man bedenkt was heute schon so in so serien und so animes oder was ich war zensiert wird ja denke ich mir auch so ein bisschen bisschen und brutaler denn animes oder so wird ja alles zensiert aber hauptsache dann so geschichten erzählen wo dann irgendwelche leute verhungern oder was weiß ich was dann gibt es noch diese geschichte mit ich muss mal kurz überlegen wie ich das denn hier mache soll ich hier so einen riesigen raum lassen ich glaube schon ja ich denke schon wo mach ich denn hier eine treppe hin hier wird sich eigentlich eignen eine treppe hinzubauen oder ich mache die treppe hier vorne hin und dann ah ich habe eine idee ich weiß was ich machen werde und zwar würdet genau in jedem von dem turm hier würde eine treppe nach oben gehen oder oder halt hier eine treppe nach oben da und da hinten halt und hier wird eine treppe nach oben gehen die dann auf die terrasse führt und von der terrasse aus kann man aber natürlich auch noch in die zwei türme und ja den teil hier der dann noch mal eins höher gebaut wird jetzt als nächstes machen wert aber erstmal kommt die decke dran ja die decke ja die decke ja die decke wo gehe ich hoch ich auch noch so sachen dabei scheiße dann muss ich da wohl ein bisschen anders machen aber wie aber wie aber wie ich wollte die lieren ich wollte einfach eine treppe hoch mir doch egal so okay das dürfte reichen ja um jetzt mal weiter zu zählen ich wollte erst mal die decke wie gesagt und dann kann ich in ruhe weiter zählen das ist ja langweilig einfach so eine decke bau dann gibt es noch zum beispiel diese geschichte mit dem typen der sich immer im daumenbaum lutscht ich weiß nicht wie die geschichte heißt vermutlich schnitt der daumen lutscher irgendwie komisch aber ich weiß nicht wie die geschichte heißt und zwar geht es darum halt der typ immer in seinem daumen lutscht und dann ich weiß es wie gesagt genau kann sein dass ich total die scheiße erzählt aber ich habe dazu in erinnerung mich hat immer halt jetzt erzählt der lutsch hat immer in seinen daumen und ihr müsst auch bedenken hat so wie ich das halt gelesen habt also das war so mehr schön buch praktisch also so ein buch das ist irgendwie alles kein märchen sind eher so geschichten aber keine ahnung ich weiß ja genau max und moritz ist ja auch kein märchen eigentlich aber egal ja und der lutsch hat immer an seinem daumen und wie gesagt mit bildern und so was jetzt noch nicht schlimm ist aber später und dann sagt sein vater oder irgendein elternteil oder die mutter was weiß ich ja du darfst dir dann da im daumen lutschen sonst kommt irgendwann nachts der böse mann mit den schweren händen und schneidet dir da einen daumen ab was auch schon teils ein bisschen gruselig und verstörend für kinder sein könnte aber es geht noch schön weiter denn ja der typ hört dann darauf und denkt sich was erzählen die für eine scheiße und auf einmal kommt dann nachts einfach so ein typ mit schweren händen verfolgt den durch das haus erst muss ich total gruselig aus in dem buch er ist jetzt gestorben okay ich hab hallo oder es wird gerade gestorben egal keine ahnung ich weiß nicht der typ sieht erst mal total gruselig aus und hat riesige scherenhände was verstörend für kleine kinder ist denke ich also ich hatte dafür angst und ja rennt dem kind dann hinterher aber ist dann boah der mich jetzt erschrocken richtige gänsehaut gut dass der irgendwie nichts kaputt gemacht hat ich hatte gerade so wer stirbt denn da ist das ach so mein bruder der fehler in epileptischen anfall nein er hat keinen epileptischen anfall der hat einfach nur der brüllt einfach wieder der durch das haus und ja ist ja nicht genug dass der schon extrem verstörend dem hinterher rennt der schneidet den kleinen jungen ernsthaft die daumen ab und das sieht man in dem bilderbuch für kinder wie der dem die daumen abschneidet und das blut raus blättert und das kind übelst am heulen ist what the fuck das ist doch ein bisschen verstörend jedes kind hat dann stellt euch mal vor ihr seid dann das kind da lest das und ja geht abends ins bett und dann lutscht ihr euch irgendwie so am daumen dann so oh scheiße ich darf das ja nicht und dann hört ihr auf einmal ein geräusch oder so was müsst ihr denn dann für angst zustände kriegen ja davon kann man psychisch gestört werden und was weiß ich was kriegen ich denke nicht dass das gut ist für kinder also ja und dann noch zum beispiel sachen wie bei diesem max und moritz und ich eben erwähnt habe ja da geht ja darum die spielen erstmal der bestreiche was ja dann so lustig für die kinder erscheint so wow die töten hühner indem die die aufhängen das mache ich auch mal nach und ja dann ist das vielleicht anfangs extra so aufgebaut hat die kinder die sich denken wow sind die lustig die spielen den ganzen leuten streiche und ja ha ha lustig mache ich vielleicht auch mal und gegen ende hin werden die dann für die ganzen streiche erst mal in so einer windmühle wo dann halt so korn oder so gemahlen wird für brote halt werden fallen die erst mal da rein und werden da zermatscht drin und zermahlen was auch überhaupt nicht brutal ist oder so und da denkt man sich ja auch so als kind okay ich mache keine streiche mehr nie wieder und dann ist mir aufgefallen denn diese so geschichten und märchen die sind nur da um den kindern angst zu machen damit die keine bösen sachen machen man sagt seinem kind du musst du musst das immer essen sonst passiert die dasselbe wie im suppenkasper sonst du auch irgendwann stirbst du dann bei wegen du bist zu dünn oder nicht am daumen lutschen sonst kommt der typ den scheren hin und schneidet dir die finger ab oder keine streiche spielen sonst fliegst du eine windmühle wirst zermahlen und zu brot gebacken und dann essen wir dich auf das ist irgendwie eine sehr komische erziehungsmethode aber so war das früher anscheinend und da macht mir angst also das finde ich sehr bedenklich ich glaube auch nicht dass ihr das jetzt irgendwie für gut heißt wenn man seine kinder so erziehen würde aber so war das irgendwie halt früher ne ach so okay war von da unten anscheinend also finde ich ziemlich verstörend und ich würde meinen kinder meinen kindern deswegen nie so märchen vorlesen denn das ist ja